Servus, Rainer hier. Ich habe einen Server, er besteht aus einer 5-Bay Diskstation und einem Mini-PC. Nun date ich meinen Mini-PC ab und richte ihn wieder ein. Wie hier im Video. Ich tausche meinen alten Peak gegen einen neuen AWOW. Dort ist OMV installiert und bereits konfiguriert. Nun muss ich die Platten in OMV erneut einhängen. Ich öffne OMV. Als erstes suche ich meine Platten. Dazu gehe ich auf Datenspeicher, Laufwerke und die kleine Lupe. Habe ich alle Platten gefunden, in meinem Fall 3, geht es weiter zu Dateisysteme, um diese einzuhängen. Zwei der drei Platten sind bereits eingehängt. Die dritte suche ich mit dem blauen Dreieck. Es öffnet sich eine Seite, Einhängen, Mounten. Ich wähle meine Platte aus und betätige rechts unten Speichern. Die dritte Platte erscheint nun in der Tabelle. Die Confirmation bestätige ich mit Ja. Ist das Einhängen erfolgreich abgeschlossen, erscheint ein Häkchen bei Eingehängt. Nun gilt es die Ordner, die auf dieser Festplatte sind, zu aktivieren. Dazu gehe ich in freigegebene Ordner und drücke auf das Pluszeichen. Erstellen Ich gehe in die Zeile, wähle dein Dateisystem aus. In den Dropdown-Menü wähle ich meine Platte. Klicke rechts auf das Symbol für die Verzeichnisstruktur und wähle mir meinen Ordner aus. In meinem Fall Test. Ich habe die Möglichkeit, ihm einen anderen Namen zu geben. Ich bleibe bei Test, damit es konform ist. Der Ordner Test ist nun in der Tabelle der freigegebenen Ordner sichtbar. Mit Bestätigung der Confirmation schließe ich ab. Nun gilt es den Usern Zugriffsrechte oder Privilegien für diesen Ort dazu zuweisen. Ich selektiere den betroffenen Ordner, gehe oben auf das kleine Ordner-Symbol mit dem Schlüssel. Das sind die Zugriffsrechte. In dem aufgehenden Fenster sehe ich links die beiden User, denen ich rechts Zugriffsrechte zuweisen kann. Ich weise Read- und Write-Rechte beiden zu. Wieder kommt es zum Confirmation Prozedere. Ist die Confirmation abgeschlossen, gehe ich weiter zu Diensten, um die Ordner freizuschalten, damit sie im Mac, Windows oder in Linux sichtbar werden. Ich gehe auf Dienste, SMB, CI, FS und die Option Freigaben. Ich sehe bereits zwei freigegebene Ordner. Ich gehe auf das kleine Pluszeichen, um eine neue Freigabe zu erstellen. Ich klicke auf die Zeile, wähle einen freigegebenen Ordner. Im sich öffnenden Menü wähle ich hier meinen Ordner Test aus. Nun checke ich noch RBA CLs und Berechtigungen. Mit Speichern schließe ich ab. Mit dem Abschließen der Confirmation gehe ich in den Dateimanager und sehe dort meine beiden Ordner, die schon vorhanden sind. Mit einem Refresh im Dateimanager sehe ich nun auch den dritten Ordner Test. Will ich diesen bearbeiten, ich habe ihm ja Read- und Write-Rechte zugewiesen, muss ich mich als User anmelden. Dazu nutze ich meinen Username und das dafür vergebene Passwort. Eingeloggt kann ich den Ordner Test öffnen oder auch andere Ordner anlegen und löschen. So wird mit OMV, einem neuen PC und einer bestehenden Diskstation wieder ein Server. Der Vorgang ist, die Platten suchen, die Platten einhängen, die freigegebenen Ordner zu finden und dann mit der Samba-Freigabe für Dateimanager Linux, Explorer Windows oder Finder OS sichtbar zu machen. Servus, Rainer Worte.